Ich grüße dich und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Elex 2 Video hier auf diesem Kanal. In diesem Video widmen wir uns diesmal allen legendären Nahkampfwaffen und teilweise auch Schilde. Und ich zeige euch, wie ihr sie überall finden könnt. Sollte euch das Ganze bis zum Schluss gefallen haben und natürlich auch hilfreich gewesen sein, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr diesen Kanal komplett kostenlos abonnieren würdet und drückt den Daumen nach oben mit der Glocke zusammen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Des Weiteren schreibt mal bitte in den Kommentaren, welches Level ihr jetzt gerade aktuell seid, wie viele Charaktere habt ihr jetzt gerade gemacht und welche Fraktion habt ihr euch jetzt gerade angeschlossen. Ich bin jetzt hier gerade bei den Alpes, wie man sieht. Dazu kommt die nächsten Tage auch noch ein Video. Und ich muss sagen, mittlerweile ist der Damage echt nice, aber das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Ich würde sagen, erstmal genug geschnackt und viel Spaß beim Farmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020